So Leute, weiter geht's in Super Mario World, hier in Red X. Mit dem Part haben wir ja mit Hängen und Wirken dieses 5. Alter! Ich kapier nicht, wie es immer am Anfang von einem Level, äh, von einem Part passiert. Und, ähm, mit dem Part haben wir ja mit Hängen und Wirken Castle Nr. 5 geschossen. Und da, was ich will, hier drauf. Und direkt hoch. So. Ja, der Boss war eigentlich einfach eher das Castle selber war irgendwie dumm. Schaut euch den letzten Part an, dann seht ihr, seht ihr es. Nämlich, da gab's einen dummen ersten Teil. Der viel vom Rest. Ah, Mann. Komm schon, da muss man doch hoch können. Ja, der viel vom Rest, äh, beeinflusst hat. Oh, wir sind doch Wolken. Oh, das ist witzig. Oh, das war die Scheiße wieder, Mario. Oh, my God. So. Hier geht's einem wieder zurück. Jetzt kommen die Viecher eben auch nochmal. Wir haben zuletzt bei den Segen gesehen. In Welch. So. Welt 4 war es, glaube ich. Ich weiß Gott nicht. So, genau. Also. Jetzt lass es mal gut sein. Du kommst wirklich nicht an den Popeye. Das ist doch un... Du schaffst es nicht. Man kann es nicht schaffen. Man kann es einfach nicht. Und ja. Dann verletzt es uns auch noch genau. Da haben wir es jetzt mal geschafft, aber dann bin ich weitergekommen. Ohne. Nachzudenken. So. Und wie soll man die... Ja, schon mal so bitte bekommen, ohne dass man... Irgend... Wie an irgendwas stirbt. So. 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 Wer die Münze... Ach, Mann. Ach, Mann. Wo willst du mich doch jetzt hier verarschen? So. Jetzt haben wir alle Münzen. Und wir haben ein... Und wir haben noch ein One-Up. Und... Firm... Ja, meine Anke. Und da gab es noch einen Secret Exits, wenn man weitergelaufen wäre. Und... Ja. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch holen soll. Da geht es nur in einen... Was soll die Scheiße? Läuft da weiter und dann läuft im Kreis. Sehr toll. Nein, dann brauche ich den Secret Exit wahrscheinlich. Ich weiß nicht. BIDDER! JAHUUUUUUU So, jetzt freu ich mich ja nicht mehr um die... Ah! Diese Behinderung YOSHIKRUZKÖMERN Denn ich... hab sie ja jetzt, also... schon Da hoch muss ich auch nicht mehr Da kann ich ganz normal... chillig wollte ich gerade noch sagen hier weiter das gibt's doch wohl nicht so 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 die hälfte verpasst weil wenn die röhre rein sind und dann gibt es eben noch die Scheiße mit den Viechern da genau komm schon was ist da dran so schwer alter ohne Witz jetzt schon mal wieder knapp hier das war fehl so warten wir ich werde dich am nächsten gar nicht machen ich weiß ob da irgendwie drüber fliegen können oder so eine Art und okay safe denn wenn so ein Feld passiert So, Franke. Äh, nein, Ding. Franke. Safe spot. Mann, da muss ich richtig fliegen. Ach, Mann. Bleib doch weg. Okay. Kommt da immer neue? Oh, du willst mich doch jetzt verarschen. Oh, hässliche. Wieso fliegst du nicht? Ach, Thomas. Okay. Mann, lass mir das nicht gefallen von diesen Drecksviechern. Alter, was war das? Oh, mein Gott. Und irgendwie geht das nicht. Okay, Leute. Irgendwie kriege ich's nicht hin zu fliegen. Okay, ich hab's hingekriegt, aber... Was? Wo soll's doch fliegen, Junge? So. Was? Was? SAFE... Noin. Oh, knap. Ah pfff. Uuuuun. Nein, das wollte ich... Ich wollte nicht das richtige Ziel. Okay. Ja. Hier sollte es doch gehen, ja. Hier geht's doch. Hier finden wir das mal 3. One-Ops und das ZZ-Exit. Oder so nur. Naja, gar... Der Meister. Was geht weiter zu diesem... komischen... Zwischenkörsen. Oh, die Fieger. Ich meine, die Dinger. Uuuuh. Mann. Ich habe kein Neues gesehen, aber mein Pechum. Komm schon. Ich habe kein Neues gesehen, aber mein Pechum. Wir sind immer... in der Pfieger. Wir sind immer eine Scheißige Broters. Wir sind immer wieder. Sooo... Und wir hätten das fast geschah... Na... Huh... So, da sind wir schon mal hinter uns... Mann! Verarsche! Verarsche! Verarsche mich doch jetzt nicht... Komm schon! Huh... Wir haben's geschah... Wir haben's geschah... Und das ist auch mein... Huh... Huh... Das ist auch nicht gerade einfach... Huh... Mann... Huh... Mann... Mittelpunkt... So... Ähm... Huh... Huh... Das war natürlich wieder... dumm... ... ...und knapp... So... Aber wir schaffen's zum Glück... Das war wieder unnötig... An... Weil... dass das da für nur irgendwie... UmGang... ... in der reine Zeit. »Wie...« »Wiei...« »Wiii...« »Wiei« »Wiei...« »Wiei...« »Wiei«, »Wiei«...« »Wiei«, »Wiei...« Okay... Wir haben uns 15. Okay, wir haben uns 15. Okay, wir haben uns 15. Okay... Wir haben uns 15. Aber wir haben uns 15. Oh, scheiße. Hätten wir jetzt den roten Schalter verlassen... Äh, wär der Kleine dann gar nicht mal rausgekommen. Komm, wie soll man's schaffen? Hm. Wenig Zeit? Fuh. Ach, Mann. Okay, also... Was haben wir noch so? Um... Ja, die weg. Und die weg, so... Komm, da noch. So... ... ... So, wenig Zeit werde ich's kommen schaffen. Ach, Mann. Jetzt komm mal. Man kann's rüber träumen. Komm. Man kann ja keine zwei Sekunden... ... draufbleiben. Und dass du wieder zurückkommst. Tch... ... ... ... ... komm komm ach komm noch jetzt werden wir da ich will minstens oh man wo hier ist komm noch hier du komm du komm du komm du komm Ich bin hier. Okay, so wir passieren erst 10. das ist ein normal ziemlich schwierig wir haben eh nur 10 Sekunden Zeit dafür so das ist jetzt so wir haben es geschafft was willst mich verarschen Time Out ich hab 15 Sekunden für den Dreck also das kann man gar nicht schaffen ich hätte ein wenig Time Out verrecke das ist unmöglich wenn ich noch 10 15 Sekunden Ah, jetzt herkommen. Das geht nicht. Das geht nicht. Sorry, aber das geht nicht. Scheiße, ich mach das mal ab. Okay. Wir müssen noch mal probieren. Wir sind jetzt hier bei der Hälfte. Aber wir haben jetzt wieder... Oh, Mann. Ich muss mich aus Versehen wieder da geloadet. Mann. Ja, das ist unmöglich. Jetzt habe ich noch Zeit. Von Gedicht. Schaff ich's. Nein, nein. Ich kann nicht mehr Zeit wie drei Sekunden haben. und ja es geht nicht also leute ich mache die scheiße jetzt noch mal und dann sehen wir uns gleich wieder beim boss ich hab das schluss noch mal gemacht ich bin groß und 114 sollten reichen oder gott wieder mal gefällt so äh singt rein und beim vierten fangen wir runter so um 8p ich muss beim ersten Mal treffen sonst ich keine chance das gewinnen und das geschafft So. Container safe. So, ich hab nicht gewusst, dass da jetzt noch eins dazwischen kommt zwischen dem und Castle 6. Deswegen machen wir im nächsten Part weiter. Und bis dann, Leute. Hau da rein. Und tschau.